Heulein, grüß euch. Ich bin Theo vom Getthof Barbian und ich habe in der Heim mehrere Kästenthalme und habe über allem die Probleme gehabt, wie kriege ich die gewisse Menge weg. Also habe ich mir überlegt, was soll ich tun? Creme machen, Geräte machen, aber wem wäre ich der Ansprechpartner? Und da bin ich auf dem Neutechpark in Südtirol gestoßen und dann sozusagen ein Produkt, ein Südtiroler regionales Produkt nachher entwickelt. Und ich hoffe, ich bringe es heuer auf den Markt oder spätestens nächstes Jahr. Wir sind heute im Kitchen Lab am Neutechnologiepark für die Herstellung von einem Kastanienpüree im Glas, wo es genau darum geht, Zutaten zu definieren, Verarbeitungstechnologien, die Haltbarkeit und dafür haben wir in das Projekt Experten und auch Leihgeräte mit aufgenommen. Die Innovationsabteilung vom Südtiroler Bauernbund begleitet landwirtschaftliche Betriebe bei der Lebensmittelproduktentwicklung. Zusammen mit dem Neutechpark gelingt es uns somit, innovative Rezepte und regionale Produkte zu entwickeln und auch auf dem Markt anzubieten.